Musik Hallo liebe Leute und willkommen zu einem neuen Let's Test. Ich habe jetzt mal die Musik ausgemacht, weil ich nicht wusste, ob man mich dann überhaupt versteht bei diesem geilen Intro. Die Musik ist echt mega. Ich schalte sie auch gleich wieder an. Ein weiteres freies Spiel, was ich hier zu gefunden habe und was ich gerne einfach mal anspielen will. Mal gucken, was es da überhaupt geht und lasst euch von der Musik weiter betüteln. Oder lockt einfach ab. Wir probieren einfach mal Monsterfisch. Level 1. Mal gucken, was wir da überhaupt machen müssen. Das ist Monsterfisch. Die Monstars verschmutzen das Wasser. Das Wasser. Oh Gott. Also pädagogisch sinnvoll für Kinder ist es, die Rechtsschreibschwäche haben überhaupt nicht. Wasser mit zwei S-Leute, geil. Und Monster eigentlich, aber Eigennamen, ne. Während sie auf dem Bildschirm sind, puste sie mit den Blasen weg, solange wie du kannst. Oh je. Auch die Grammatik ist auch nicht die beste, aber... Wie gesagt. Das soll ja Spaß machen, das Spiel, gell? Also wir probieren. Okay, oder weiter? Ich sag mal okay. Meine Blubbeln! Meine Blubbeln! Achso, was möchte ich denn das tun? Habe ich das gemacht? Ah, ich muss diese Blubbeln zusammenfüllen. Muss ich? Ah, ich kann die hier mit der Maus steuern. Ich habe hier so eine Art Atomgehalt. Oh, leck. Okay. Was ist denn das? Bäm. Habe ich irgendwas gefunden? Okay. Also ich kann hier diese Blasen von einer bestimmten Größe zusammenführen. Oder bis zu einer bestimmten Größe. Äh. Und bei Doppelklick dann zerstören. Okay, aber was genau muss ich jetzt tun? Und diese kleinen Fischis, die kann ich ja alle hier so immer zerstören. Ey, geht das nicht zusammen? Ach, das ist schon... Ne. Hä? Wollt ihr nicht zusammengehen? Nein? Okay, dann zerstöre ich jetzt hier auch noch die Bär. Äh. Und ich muss alle Fische da drin zerstören, wie es aussieht. Okay. Jetzt muss ich mich für Fiedern in Acht nehmen. Sie versuchen sich mit einem verletzten Fisch wieder zu einem normal großen zu vereinigen. Okay. Also ich muss einfach die Fische mit diesem ganzen Blubbeln zerstören. Da unten ist die Gasblase. Bäm. Oh. Da habe ich zu schnell gedoppelt klickt. Na, das ist ein Auge da unten. Ah, und da ist auch wieder eine Gasblase. Sehr schön. Was ist, wenn ich jetzt blau und rot miteinander mische? Oh, dann ist es vielleicht mega giftig. Oha. The Bomb. Oh, und ich habe es schon wieder geschafft. Schön. Geht das... Weiß nicht, geht das hier auf Zeit? Oder irgendwas, dass ich dann aufpassen muss? Oh, das ist hier ein schönes... äh, grünes... ...etwas. Wow, 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 und... Perfekt. Aber im Fenstermodus spielen ist nicht so gut, weil ich die ganze Zeit aus diesem Bildschirm hier rausgehe. Also rauskomme, aus Versehen. Kommt mal zusammen. Ah, hier. Sehr gut. Okay. Ja gut, so geht das Spiel jetzt immer weiter. Ah, jetzt kommt der Bossfisch. Okay, vielleicht ist der Schwierigkeitsgrad hier ein bisschen höher. Hat die Farbe was Bestimmtes zu sagen? Geht nur gegen... ...gegen Komplimentärfarben der Fische oder... ...mischfarben oder... ...mischfarben oder 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 ...mischfarben ... Oder war der schon vorgeschädigt? Ich weiß es nicht. Okay, jetzt bin ich bei Level 5, aber ich mag nicht mehr. Wann stirbt man denn eigentlich? Wenn man lange nichts macht, dann ist da hier dieses Zeigerding. Okay, das ist, wenn die Zeit dann abgelaufen ist wahrscheinlich. Irgendwie so. Ich kann auch einfach warten, bis hier die selbst zusammenkommen, diese ganzen Blasen. Da gab es doch noch andere Modi. Probieren wir doch die mal. Verlassen wir mal das Spiel. Ja. Aber die kann ich nicht spielen. Die sind ausgegraut, oder? Doch, die kann ich spielen. Angelhaken. Was muss ich hier machen? Das ist Angelhaken. Okay, ich muss die Haken hier runterlassen, um die Blasenfische zu fangen. Und dann in der oberen Ecke steht, wie viele Fische du fangen musst. Okay. Hört sich auch einfach an. Das ist da unten. Oh. Was ist das da oben? Ah. Ach, das ist schlecht, ne? Aber ich komme mit der Steuerung nicht klar. Ich wollte das Atomding da oben. Ich komme mit der Steuerung im Fenstermodus echt nicht klar. So. Weiß nicht, ob ich den ersten Fisch. Ach. Geh nach unten. Nach unten. Nach unten. Nach unten. Geh hin. Wow. Jetzt ist die Zeit vorbei. Geh halt runter. Ja, 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 ja. Habe es ja gleich oder auch nicht. Gerade noch geschafft. Okay. Das ist... Das ist Angelfisch. Äh, Angelhaken. Sehr schönes Spiel. Nicht? Dann gucken. Oh, was ist denn? Na, ich wollte eigentlich das nächste. Dann machen wir mal die Zeitattacke. Da geht es auch nur um Zeit. Drei Minuten, um es sauber... äh, Wasser sauber zu halten. Haben sie es richtig geschrieben, zum Glück. Okay, ich muss... Oh. Was ist... A slow time. Cool. War das jetzt schlecht, dass ich dieses... Ding gesagt, wo hast du denn? Automatisch verseuchte... Okay, ich muss hier nur auf die Fische klicken. Oder daneben. Daneben. Nee, schon auf die Fische. Oh, dieses Fass muss ich dann nochmal. Was kann ich machen oder wie? Ah. Oder überhaupt nicht. Schauen wir mal, was passiert, wenn es nach oben geht. Das ist weg. So. Ben, 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 Ben. So. Dann haben wir so einen kleinen Flash gehabt. Sehr schön. So, jetzt gehen wir in den letzten Modi, was es hier noch gibt. Das ist dann die Fischjagd. Nein. So. Vielleicht kann man jetzt auch mit den Tasten steuern. Ich spiele die ganze Zeit mit der Maus. Oh, jetzt steht es auf Englisch da. Okay. Auch gut. Dann... Fischjagd. Den schnellen... Was? Die schnellen Fische soll ich dann abschießen, bevor sie fliehen? Und... Was? Genau. Ich muss die... Was? Die Munition? Weil sie benutzen. Was steht da? Okay. Was kann ich denn da machen? Fisch. Ah. Boah. Ah, kapiert. Also mit den Tasten geht hier nichts. Oh, das ist falsch. Ich nehme halt jeden Fisch kaputt, den ich so da wünsche und wenn den ich sehe, oder? Ist das falsch? Oh, das ist falsch. 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 Okay. Wieso ist denn das jetzt auf Englisch? Habe ich da vorher mal so umgestellt aus Versehen? Aha, wenn ich daneben schieße, dann... Also ich muss immer treffen, praktisch. Dann habe ich unendlich Fische... Also praktisch muss die Fische hier unten voll kriegen. Und wenn ich daneben schieße, dann kommt hier links unten so ein Kreuz. Und wenn ich fünf wahrscheinlich daneben schieße, ist das Spiel so dabei? Okay. Okay, wird zusammengezählt und das Spiel endet. Ach Mist, wieso Invo? Das sind eher die Credits. Hinweis anzeigen. Ach so, das kann ich nur ein- und ausschalten. Da kann man ja gar nicht die Sprache einstellen. Da haben die wirklich vergessen, da jetzt einfach die englischen Sätze in Deutsch zu übersetzen. Auch nicht schlecht. So, und somit, nein. Oh, jetzt bin ich wieder draufgekommen. Auf jeden Fall, das war jetzt das Spiel. Ah, hier doch auf Weiterklicken können. Da kommen dann mehrere Tipps. Viele weitere Tipps. Und da steht sogar, was die Leiste hier zu tun hat. Das ist ja schön. Eben, verliegt das Spiel. Und das darf ich nicht anticken, genau wie die. Hätte ich das vorher gewusst. Ah, egal, aber ich hab's trotzdem irgendwie kapiert. Genau. Okay, ein sehr schnelles Spiel. Macht kurzzeitig Spaß, aber jetzt mir schon nicht mehr. Ja, also das ist vielleicht eine schöne Idee für Fische-Liebhaber oder für Fische-Hasser eher echt spannend. Ich bekomme da einfach nur Hunger auf Fisch und hätte gern, oder machen wir jetzt da eine Thunfischdose auf, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall haben wir hier das komplette Spiel mal angetestet und wer sich's holen will, kann das ja tun. Ich werd's zur Seite legen. Gerne verschenke ich's auch, wie ihr wollt. Alles klar, wer nicht. Vielen Dank.